Das heutige Video wird euch präsentiert von BingX. Kryptos kaufen, handeln oder einfach Copy-Traden. Willkommen in eurem sozialen Trading-Netzwerk. Einen wundervollen guten Tag, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mittwochs-Video Zahlen, Daten und Fakten. Ich habe heute einige spannende Dinge für euch, vor allem News-lastig heute das Ganze, denn wir haben News wie zum Beispiel Google und Coinbase machen gemeinsame Sache, Ethereum kurz vor dem Ausbruch, Binance Chain mit einem Hack, Bitcoin-Verbot durch die Hintertür, Streit bei XRP und Charles Hoskinson. Man mag es kaum glauben, Charles Hoskinson, einer meiner Lieblings-Krypto-Enthusiasten da draußen, legt sich tatsächlich mit der Ripple-Community an, werden wir uns genau anschauen und nicht mehr viele Tage, bis es endlich soweit ist. Ich werde euch nochmal kurz up-to-date halten, was es mit dem Flare-Adrop auf sich hat und wann ihr mit euren Spark-Token rechnen könnt. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. Ja, willkommen ihr Lieben und wir gucken doch direkt mal in den Markt. Ihr seht schon, die letzten 24 Stunden liefen für einige Projekte richtig gut. H1 mit knapp 10%, HT, ich glaube, ist der Huobi-Token mit 22,4%. Luna ist mal wieder zurück, immer mal wieder, wenn die Mondphase beginnt, egal ob jetzt Vollmond oder Neumond, habe ich das Gefühl, dass Luna, Luna Classic, aber auch dieser Terra Classic Stablecoin, auch der ist momentan richtig gut gelaufen. Naja, gefällt mir auf jeden Fall. Dementsprechend habe ich mal geschaut, wie es aktuell mit der Altcoin-Season aussieht. Oder sind wir eigentlich unverändert? Ihr seht, wir turnen hier die ganze Zeit um den Wert um die 60 herum. Das heißt, kurz gesagt, ja, einige Altcoins performen Bitcoin ordentlich aus, nicht zuletzt auch XRP, die Boden gut machen konnten. Ihr seht aber, insgesamt sind wir noch nicht in einer Altcoin-Season. Die wäre erst bei einem Wert von 75. Das heißt, wenn der überwiegende Teil der Altcoins Bitcoin outperformt, soweit sind wir noch nicht. Der 4-and-Greed-Index bei Bitcoin ist unverändert seit mittlerweile vier oder fünf Wochen. Immer bei einem Wert um die 20 bis 25 irgendwo dazwischen. Auch da gibt es keine Auffälligkeiten. Sollte es da irgendwas geben, werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren. Aber es gibt einige Neuigkeiten on-chain, die wir von dem Glassnode erfahren. Und zum einen, das zeige ich euch hier einmal, übrigens kommt sehr, sehr gern bei uns in den FFTK Crypto Talk. Dort warten über 1000 Leute auf euch, die mit euch gemeinsam alles mögliche an Austausch machen können. Wenn ihr Fragen habt als Einsteiger oder wenn ihr Fragen habt zu etwas komplizierteren Themen, kommt einfach rum. Nutzt die Gelegenheit. Das Ding ist kostenfrei. Einfach hier unten den Link in der Videobeschreibung und dann joint hier einfach mal bei Telegram rein. Ja, dann seht ihr auch zum Beispiel solche Daten. Wir haben das erste Mal seit über einem Jahr eine krasse Bewegung, was den Schwierigkeitsgrad der Bitcoin-Rätsel angeht, die beim Mining fällig werden. Und ihr seht das letzte Mal... Ihr seht das letzte Mal, dass wir einen solchen extremen Move hatten, war im Juli 2021. Dort wurde damals die Difficulty, also der Schwierigkeitsgrad, rapide nach unten gesetzt. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass Miner den Markt verlassen. Je weniger Miner im Markt sind, desto weniger Miner können auch die Rätsel lösen. Damit Bitcoin aber weiterhin seine durchschnittlichen 10 Minuten pro Block hat, wird eben der Schwierigkeitsgrad der Rätsel reduziert. Umgekehrt haben wir viele neue Miner. Das sehen wir jetzt zum Beispiel gerade. Nämlich einen rapiden Anstieg des Schwierigkeitsgrads zeigt uns das eigentlich, dass sehr viele Miner in das Bitcoin-Game kommen und dementsprechend dann der Schwierigkeitsgrad erhöht wird, damit wir bei den 10 Minuten Blockzeit bleiben und nicht plötzlich, weil wir doppelt so viele Miner haben als Beispiel, nur noch 5 Minuten Blockzeit hätten. Das heißt, dieses Rätsel passt sich immer so an, dass die Blockzeit von 10 Minuten bleibt und dementsprechend auch das Halving, über das jetzt schon sehr viel philosophiert wird, welches erst in einigen Jahren ist, bereits jetzt schon darüber diskutiert wird. Wird das vielleicht früher kommen als sonst, weil eben viel mehr Miner kommen? Nein, Freunde, normalerweise sollte es so sein, dass die Difficulty wie so eine Waage alles immer ausbalanciert, sodass wirklich dann ungefähr an dem Tag, wo auch dieses Halving geplant ist, das Ganze dann auch blocktechnisch passt. Ja, was sagt uns das also? Zum einen haben wir also einen Anstieg der Difficulty, was zeigt, dass sehr viele Leute in den Markt kommen, miningtechnisch. Neben dem Schwierigkeitsgrad, der sich erhöht hat, erhöhen sich auch die Produktionskosten und das belastet natürlich die Miner zusätzlich, was denn dazu führt, dass die Preise in der Regel steigen. Deshalb gibt es auch im Cryptospace den Spruch, der Preis folgt der Hashrate. Das ist natürlich keine Garantie, aber eigentlich ganz logisch, je mehr Netzwerkteilnehmer dabei sind, desto mehr Netzwerkteilnehmer streiten sich um die Rewards. Dementsprechend wird natürlich auch mehr Strom aufgebraucht und höhere Kosten produziert und das führt dann natürlich früher oder später, manchmal eben zeitversetzt, zu steigenden Bitcoin-Preisen, damit das Mining einfach rentabel ist für die Miner. Und dementsprechend ist es rein sachlich betrachtet schon nachvollziehbar, dass dem so ist. Und ich bin sehr gespannt, denn die Hashrate, wie wir hier sehen können, ich hoffe, ihr könnt es erkennen hier, ist bei einem All-Time-High. Also eine solch hohe und umfangreiche Hashrate hatten wir noch nie. Das bedeutet natürlich auch, dass sich immer mehr Miner da duellieren. Und ich habe die Hoffnung, dass lieber früher als später der Kurs dementsprechend auch ein bisschen an Fahrt aufnimmt. Ja, schauen wir mal, was die Leute momentan kaufen. Und Bitcoin und Ethereum sind ja Klassiker. Die werden ja meistens auch benutzt, um damit eben andere Altcoins zu kaufen, weil es eben die Trading Pairs sind. Aber XRP wird nach wie vor am meisten gekauft, neben Ethereum als Altcoin. Und jetzt auch mit in der Liste, Tron und Luna. Tron und Luna, höchstwahrscheinlich bei Luna wieder Spekulationen. Das haben wir ja schon häufiger gesehen. Bei Tron weiß ich gar nicht, ob mir irgendwelche dicken News durch die Lappen gegangen sind. Auf jeden Fall scheint Tron momentan so ein bisschen Momentum zu haben. Und da freue ich mich sehr drüber, da Tron doch die letzten Wochen, Monate oder fast Jahre, kann man schon sagen, doch ziemlich enttäuscht hat. Kommen wir zu den News. Google sagt am Dienstag, dass es sich auf Coinbase verlassen wird. Anfang 23 beginnen einige Kunden für Cloud-Dienste mit Kryptowährungen zu bezahlen, während Coinbase sagt, dass es auf die Cloud-Infrastruktur von Google zurückgreifen würde. Die Aktienverkämpfnis ist ordentlich gestiegen. Der Deal, der auf Cloud Next Conference von Google angekündigt wurde, könnte es schaffen, Spitzenunternehmen zu Google in einem erbitterten, schnell wachsenden Markt zu locken, in dem die Top-Konkurrenten von Google derzeit nicht erlauben, Kunden mit digitalen Währungen zu bezahlen. Das Cloud-Geschäft hilft Google-Mutter Alphabet weg von Werbung zu diversifizieren und macht jetzt 9% des Umsatzes aus, gegenüber weniger als 6% vor drei Jahren. Da ist schneller expandiert als Alphabet als Ganzes. Also das sind auf jeden Fall mal richtig, richtig gute Neuigkeiten. Und ich habe euch immer schon gesagt, ich habe das Gefühl, Coinbase ist so fast verstaatlich, kann man sagen. Und demnach war für mich schon klar, dass früher oder später dieser digital-finanzielle Komplex irgendwann mit Coinbase kooperieren wird. Dass es jetzt direkt Google sein wird und auch relativ zügig. Sie haben ja bereits angekündigt, dass es jetzt 23 direkt losgehen soll. Ist natürlich sehr schön. Ich denke, Coinbase ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Aktie. Und was die Börsen betrifft, werden sie wahrscheinlich nie an die Volumina rankommen, die FTX oder Binance abbilden. Aber sie sind halt sehr stark verpartnert mit den zentralisierten Stellen und das ist wahrscheinlich ihr großes Plus. Ja, Ethereum scheint kurz vor dem Ausbruch zu sein, zumindest wenn wir den Nachrichten von Sentiment Glauben schenken dürfen. Denn Ethereum verzeichnet allzeithoch bei Adressenzuwachs 135.000 neue Nutzer an einem Tag. Innerhalb eines Tages konnte das Netzwerk um die eben genannte Summe steigen. Ethereum verzeichnet am Samstag das Ganze, eine Flut von 135.780 neue Adressen. Die Wachstumsrate sei rund 11% größer als beim letzten Allzeithoch Anfang 2022, also im Januar. Sentiment gibt zu bedenken, dass solche Nutzeranstiege häufig potenzielle Vermögensausbrüche ankündigen. Da bin ich nochmal sehr gespannt. Der Ethereum-Kurs entwickelt sich derweil entgegen der Annahme und verläuft mittlerweile bei unter 1300 Dollar. Ja, wenn dem wirklich so sein sollte und vielleicht einige Leute etwas wissen, was wir nicht wissen, würde es mich sehr freuen. Denn wenn Ethereum anzieht, ist das meistens das Einläuten einer Altcoin-Rally. Das letzte Mal, dass Ethereum so Vollgas gegeben hat, hat auch auf viele Altcoins positiv gewirkt. Also meinetwegen liebend gern. Binance Smart Chain durchläuft Hardfork. Nach dem Hack der hauseigenen Blockchain letzte Woche kommt es auf dem Netzwerk nun zu einer Hardfork. Ein Airdrop wird es allerdings nicht geben. Viele verstehen unter Hardfork hier immer gleich Free Money. Das gibt es hier leider nicht. Ich mache es mal ganz kurz für euch. Es hat ein Exploit stattgefunden. Es wurde irgendwie über eine Brücke, ein Hack umgesetzt, wo Assets im Wert von 100 Millionen Dollar gestohlen worden sind. Hat jetzt eben quasi die Blockchain angehalten. Will das Ganze jetzt eben wieder sozusagen zurückspulen in irgendeiner Form und das Ganze rückgängig machen, wenn es irgendwie geht. Ja, ein Airdrop oder eine neue Kryptowährung wird es derweil nicht geben. Das BNB Smart Chain Netzwerk Upgrade und die Hardfork werden nicht dazu führen, dass neue Token erstellt werden. Das Ganze hat heute oder wird heute um circa 10 Uhr zentraleuropäischer Zeit durchgeführt. Das heißt, wenn du dieses Video hier siehst, wird es wahrscheinlich schon passiert sein. Und hoffen wir mal auch, wenn ich es gar nicht geil finde, dass wir über Blockchain reden, aber gleichzeitig Firmen in der Lage sind, Transaktionen rückgängig zu machen. Aber in diesem Fall hoffe ich, dass die eventuell Geschädigten wieder an ihre Gelder kommen. Droht ein Bitcoin-Verbot durch die Hintertür? Auch hier werde ich mal ein bisschen zusammenfassen für euch. Ihr kennt es ja von Kühlschränken oder anderen Gegenständen in eurem Haushalt. Gibt es ja diese komischen Aufkleber von A bis G, glaube ich. Und dann gibt es dann auch so Farben daneben und man sieht einfach, wie effizient oder ineffizient euer Gerät ist. Und genau das soll es in Zukunft auch geben für Blockchain-Projekte, insbesondere für Proof-of-Work-Systeme. Das ist wirklich deren Ernst. Die wollen eiskalt so eine Art Skala einführen, welcher Coin wie energieeffizient oder ineffizient ist. Und ja, damit wollen sie denn quasi dem Projekt einen Stempel auf die Stirn setzen. Ihr wisst, dass ich ein sehr, sehr großer Umweltfreund bin, aber ich finde, das geht schon wirklich in eine krasse Richtung, oder? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Kommen wir mal zur heutigen Main-Story und der Geschichte, die momentan wirklich das Cardano und das Ripple-Lager spaltet. Ich muss ganz klar sagen, bis vor kurzem hatte ich gar kein Problem mit beiden Projekten. Ihr wisst, beide Projekte sind mir sehr sympathisch, auch wenn ich natürlich größtenteils über XRP und Ripple spreche. Trotzdem habe ich euch gesagt, ich halte, Hoskins sind für einen der besten Entwickler da draußen. Sehr sympathischer, bodenständiger Kerl. Und ich will schon mal vorab sagen, das wird auch erst mal so bleiben. Denn auch wenn er jetzt sehr, sehr seltsame Äußerungen gemacht hat, ändert das nichts daran, dass er generell schon sehr viel für die Krypto-Community getan hat. Von daher werden wir uns mal anschauen, was da vorgefallen ist. Also, Cardano-Chef legt sich mit der Ripple-Community an. Zwischen Hoskins und der XRP-Community herrscht wohl erst einmal Funkstille. Hintergrund für das Scharmützel zwischen dem Cardano-Chef und XRP-Fans ist die jüngste Wende im andauernden Rechtsstreit der SEC gegen Ripple. Vor einigen Tagen wurde eine Rede des damaligen SEC-Direktors zugelassen. Darin erklärt Hinman, dass es sich bei ETA um ein Wertpapier handelt. Gleiches, so die Argumentation der Ripple-Lobby, müsse auch auf XRP zutreffen. Zudem soll sich Hinman während seiner Zeit bei der SEC mit Ethereum und Ripple-Vertretern getroffen haben. Wir haben darüber gesprochen. Die XRP-Community hat diese kürzlich verbreiteten Leaks als weiteren Erfolg gewertet. Charles Hoskinson ist da anderer Meinung. Und das Interview findet ihr auch im Netz. Gebt einfach mal ein Hoskinson-Interview, da findet ihr ein sehr umfangreiches Teil. Freude, ich sitze schon im Schnitt, aber ich habe mir überlegt, wisst ihr was, ich werde nochmal auf das ganze Video reagieren vom Hoskinson. Das geht ungefähr 15 Minuten. Ich denke mal, das werde ich separat raushauen und wieder heute Abend oder morgen. Und dann werden wir mal auf dieses ganze Interview bzw. seine Stellungnahme reagieren. In einem Podcast sagte der Cardano-Gründer, die XRP-Community würde eine große Verschwörung erfinden. Auf Twitter war der Gegenwind der XRP-Anhänger sehr scharf und sehr groß. Ich glaube, ich habe die meisten XRP-Trolle blockiert, die mich weiterhin grundlos belästigen, so Hoskinson in einem Tweet. Ich habe noch nie eine Gruppe gesehen, die so radikal ein paar Worte aufgreift und damit um sich schlägt. Tolle Arbeit, einen Verbündeten in jemanden zu verwandeln, der angewidert ist und sich total abgemeldet hat. Also, heftig, was da momentan los ist, denn es gab darauf einige Reaktionen, so zum Beispiel The Bearable Bull. Er sagte direkt, übrigens, ihr müsst wissen, ADA ist eines der Projekte, das wirklich von vielen Leuten gefeiert wird, auch in der Ripple-Community. Ich bin da ja wirklich tief drin. Und neben den Isocoins, über die wir ja immer und immer wieder sprechen, ist ADA eines der Main-Hodlings, was die Leute haben. Also schon ziemlich krass, dass da jetzt wirklich so, meiner Meinung nach, auch ein bisschen überzogen so viel Streit herrscht oder so viele Probleme herrschen. I sold all my ADA for XRP. Also, er hat alle seine ADA verkauft und sich dafür XRP geholt. Und selbst David Schwartz hat sich heute zu Wort gemeldet. There's a lot of things I could say about what happened over the past few days. Also, es gibt jede Menge Dinge, die ich erzählen könnte, was die letzten Tage passiert ist mit Charles Hoskinson und der XRP-Community. Aber ich werde jetzt nichts dazu sagen, ich sage nur so viel, es macht mich sehr, sehr traurig. Und ihr merkt also, dass das echt ein großes Ding ist, wenn selbst Joel Katz, also David Schwartz sich da einklingt und enttäuscht ist von Charles Hoskinson, muss man ganz klar sagen, hat er auch beiner Meinung nach ein bisschen sich in Dinge eingemischt, die ihn eigentlich nichts angehen. Hoskinson scheint mir momentan sehr viel Langeweile zu haben, denn er schießt ja doch sehr viel rum in letzter Zeit. Ja, zunächst einmal gab es jetzt den Clash zwischen den Ethereum-Gründern und ihm und der Behauptung des Ethereum-Lagers, dass Hoskinson eine Art Sekte sei. Plötzlich teilt Hoskinson jetzt gegen Ripple aus und sagt, die Ripple-Jünger sind quasi eine Sekte und irgendwelche total überzogene Leute. Naja, am Ende muss man ganz klar sagen, liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ich muss zugeben, die Ripple-Community ist schon eine sehr verrückte, sowohl im positiven als auch manchmal im negativen Sinne. Es wird da schon ganz generell sehr wenig Kritik zugelassen, aber es ändert nichts daran, dass es durchaus auch berechtigt ist, dass die XRP-Community auf manche Punkte eben auch beharrt. Und so finde ich zum Beispiel auch diese Hinmin-Rede, dass sie zugelassen wurde, einen Meilenstein in dem ganzen Prozess. Das jetzt kleinreden zu müssen, obwohl man nichts mit Ripple zu tun hat eigentlich und das denn als eine große Verschwörung zu betiteln, finde ich ein bisschen ungünstig gewählt. Ich meine, Hoskinson hat doch gerade genug zu tun mit seinem Upgrade oder mit seinen Upgrades und warum mischt man sich jetzt plötzlich in andere Dinge ein und gibt da seine Meinung zu ab? Naja, wir werden mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr dazu steht. Meint ihr, er ist berechtigt dazu, sowas von sich zu geben und sich da einzumischen oder sagt ihr, das war kein schlauer Move von ihm und so macht er sich immer mehr Leute zum Feind. Hier den Satz fand ich auch nochmal gut. Tolle Arbeit, einen Verbündeten in jemanden zu verwandeln, der angewidert ist und sich total abgemeldet hat. Also ich verstehe das so, dass Hoskinson quasi sagt, ey, ihr habt mich jetzt so abgetönt, ich habe gar keinen Bock mehr auf eure Community, auf Ripple als solches, bla bla. Und deshalb distanziere ich mich da jetzt. Ja, wie gibt sich das so ein bisschen in die Opferrolle? Ich verstehe das Ganze schon irgendwo, aber ich bin der Meinung, das hat einfach im Cryptospace nichts zu suchen. Ihr könnt mir, wie gesagt, gerne mal eure Meinung nach dazu schreiben. Lass uns jetzt aber gut sein lassen. Kommen wir mal lieber zu spannenderen Themen und so habe ich für euch jetzt nochmal das genaue Datum, wann ihr hoffentlich an eure Spark-Token kommt. Ich sage deshalb hoffentlich, weil das Ganze schon wieder an eine Bedingung geknüpft ist und zwar am 24. Oktober und bis zum 6. November soll die Verteilung starten oder soll umgesetzt werden. Sofern genügend Validatoren ihre Rolle übernommen haben, findet das Token Distribution Event zwischen diesem genannten Datum statt. Insbesondere in der Erklärung des Netzwerks wird enthüllt, dass Flare für sechs bis neun Monate in der Beta starten wird, wo die Netzwerk-Validatoren zwischen professionellen Partnern und Teilnehmern des sogenannten Flare Times, Serious Oracles, also FTSO, aufgeteilt wird. Die Songbird-Holder unter euch wissen es bereits, dass wir mit diesem FTSO-Netzwerk quasi Leuten unsere Coins zur Verfügung stellen oder die delegieren, die damit arbeiten und wir dafür Rewards bekommen. Das Ganze wird auch hier umgesetzt. Und ich glaube, das Ganze wird also jetzt zeitnah starten. Sollte es wirklich konkretisiert werden, werdet ihr es als erstes bei mir erfahren, aber so wissen wir es schon mal ungefähr. Also die letzte Oktoberwoche in etwa geht das Ganze dann los. Ja und zu guter Letzt noch mal eine Neuigkeit zu Ripple. 900% ODL-Wachstum-Expansion nach Frankreich und Schweden. Auch hier noch mal für euch ganz kurz. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Lameboy und X-Bart, unseren ersten ODL-Kunden in Frankreich und Schweden. Seit der Gründung von vor zehn Jahren bla 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 bla. Seit der Gründung vor zehn Jahren konzentriert sich Ripple auf die Nutzung von Blockchain und Krypto, um reale Anwendungsfälle zu schaffen. Deshalb wurden sie von den beiden bevorzugt und wollen jetzt eben viele Probleme in den Griff bekommen. Unter anderem wollen sie eine mangelnde Geschwindigkeit, Unzuverlässigkeit und übermäßige Kosten beseitigen. Das sagte Sandy Young, der Managing Director in Europe von Ripple. Die ODL-Technologie erfreut sich zunehmender Beliebtheit und so ist das jährliche Zahlungsvolumen mittlerweile auf mehr als 15 Milliarden Dollar gestiegen. Im zweiten Quartal 2022 legte das Wachstum gegenüber dem Vorjahr um das neunfache zu. Daher also die 900 Prozent. Ja, man muss ganz klar sagen, es nimmt alles vormann. Es wird immer mehr genutzt. Wir sehen mittlerweile, sprechen wir schon über Milliardensummen und ich glaube auf jeden Fall, ODL ist der Schlüssel für den Erfolg, denn das ist das Alleinstellungsmerkmal von Ripple. Und ihr kennt ja die Story Ripple und XRP. Ripple könnte ja vielleicht auch ohne XRP weiterleben und einfach ein neues Projekt raushauen. Warum sollten die überhaupt den kleinen Investoren die Chance geben, damit reinzukommen und und und. Ihr kennt die ganze Geschichte. Falls ihr euch für eine umfangreiche Antwort interessiert, schaut euch mal den letzten Livestream von mir an. Da habe ich genau diese Themen behandelt. Aber was ich dazu sagen kann, meiner Meinung nach fehlt Ripple ein totales Alleinstellungsmerkmal ohne diesen Kryptoansatz. Denn was wäre Ripple denn ohne Kryptowährung, ohne Distributed Ledger Technology und ohne XRP? Also warum sollten die jetzt in Zukunft irgendwas anders machen, wenn sie nichts mit Blockchain oder ähnlichem zu tun haben? Versteht ihr? Von daher bin ich der festen Überzeugung, man ist ja gerade deshalb so interessant für die ganzen Player da draußen, weil man eben einer der Ersten ist, der in diesem Kryptospace Fuß gefasst hat, sich etabliert hat und ein Netzwerk aufgestellt hat, das seit Jahrzehnten oder seit einem Jahrzehnt in etwa reibungslos, ohne Fehler funktioniert. Das ist es doch, was die Leute wollen. Sicherheit, Vertrauen und wird man das haben, wenn man einfach so mir nichts, dir nichts einen brandneuen Coin kreiert? Ich glaube weniger. Von daher bin ich fest davon überzeugt, dass Ripples Erfolg auch immer der Erfolg von XRP sein wird und umgekehrt. Und in diesem Sinne möchte ich mich heute von euch verabschieden. Ich wünsche euch jetzt einen wundervollen Tag, eine schöne Restwoche. Wir sehen uns spätestens am Sonntag zum Wochenreport. Freue ich mich schon drauf. Bleibt mir gesund, ihr Lieben. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.